Hallo meine Lieben, es gibt wieder ein neues Video von Karin Knorr Ernährungstraining. Da Sommer ist, natürlich auch ein Sommersalat. Da es bei uns hier in Dortmund super warm ist, hat man gar nicht so die Lust zum Kochen oder lange in der Küche stehen. Aus diesem Grund zeige ich euch meinen Lieblingssalat mit wenigen Zutaten und den habt ihr super schnell zubereitet. In meinem Salat gehören Erdbeeren, die gerade Saison haben. Ich liebe das, herzhaft und süß miteinander zu kombinieren. Normalerweise nehme ich hier Spinat, aber bei den heißen Temperaturen gibt es den schlecht zu kaufen, weil der zu schnell willig ist. Deswegen nehmen wir Feldsalat. Ganz genau. Zu den Salaten, wo Früchte und herzhafte Zutaten sich miteinander vereinen, passt super gut ein Honig-Senf-Dressing. Und ich zeige euch, wie schnell und einfach ihr das zubereiten könnt. Wir bereiten als allererstes das Dressing zu und hier braucht ihr nur die Zutaten und ein Glas. Kommt hier rein, wird geschüttelt, fertig ist es. Bis zum nächsten Mal. So meine Lieben, wir haben für das Ganze vielleicht 10 Minuten gebraucht und jetzt können wir lecker essen. Wenn ihr mehr Tipps, Tricks und neue Rezepte von uns haben wollt, dann abonniert meinen Kanal Karin Knopf Ernährungstraining.